hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja letzte woche kam leider kein video weil ich beschäftigt war ich war hier an lauter serien sortieren und ich bin immer noch nicht fertig also und heute gibt es die mega teen also die big teen oder collectors teen der fifa 365 2020 serie darin enthalten sind 60 adrenalin karten und zwei limitierte karten uvp 1495 und da würde ich mal sagen kommt jetzt erstmal das intro und dann geht's los aber bis gleich soja heute gibt es bei mir die collectors teen also die big teen oder ja wie man auch immer groß sagt hier sieht man stadion welches das ist keine ahnung dann das fifa 365 logo und panini dann haben wir hier adrenalin xl offiziell collectors teen dann hier wieder das stadion und hier das gleich wie auf der anderen seite das ist hier von unten das offizielle das offizielle also hier der aufkleber so hier oben ist dann adrenalin adrenalin 2020 xl kosten tut die 14 95 die kleine habe ich leider noch nicht aber kann ja nicht mehr lange dauern ich habe hier höchstens noch fünf ich habe hier höchstens noch fünf ähm blister habe ich hier noch fünf stück wir werden auch noch auf meinem kanal kommen dann muss ich noch ein video drehen für die woche für stürme und op also falls ihr noch nicht diesen kanal abonniert habt stürme und op schaut mal vorbei und lasst ein abo da wäre echt cool da kommt jetzt jede woche ein video von mir und von julian ja sieht richtig cool aus also noch cooler wärs wenn das hier geprägt wäre vielleicht hier das sogar noch 2020 dann hier adrenalin noch und das hier das wäre natürlich cool gewesen so so rein geprägt also dass man es hier so sieht egal sieht trotzdem geil aus also ich finde die tin ist gelungen genauso wie die booster so dann öffne mir mal das gute teil na hopp geh auf so dann müssten hier zehn booster glaube ich drin sein und die limis ich bin mal gespannt ob die heile sind ja das hier kann man rausnehmen dann kann man karten einzuziehen hier kann man sogar noch karten rein machen hier so dann schließen wir das wieder also unspektakulär die legen wir mal keine ahnung hier so hin dann nehmen wir uns das hier mal dann holen wir jetzt die limis die erste limis hier oh die sehen auch gut aus die ecken sind super ok da haben wir einmal Paul Pogba von Manchester United ich finde die richtig nice die limis und die zweite ist hier Eden Hazard von Real Madrid jetzt richtig nice was haben die denn eigentlich hier Kontrollwert haben sie hat Pogba 95 und Hazard hat 96 seht ihr hier oben das blaue Kontrollwert ja und dann müssten wir zehn booster haben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah ja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da haben sie einen vergessen normalerweise sind sechs karten in einem booster also müssten auch zehn booster drin sein also Panini aber so war es auch bei Dennis bei Packs United hat er auch zehn drin äh neun ja aber egal ist ja wurscht so wenn ihr nochmal die Aufteilung sehen wollt kann ich euch gerne nochmal zeigen na zack hier also 216 teammates karten dann 207 special cards davon sind 108 fans einen einen pack dann 36 power up karten eine in vier packs 36 gold karten eine in sechs packs 18 multiple eine in acht packs und neun rares in einen 25 packs total karten also alle insgesamt sind 423 karten jo also meine mappe sieht eigentlich schon recht gut aus also wenn ich die fünf blister und die tin hier geöffnet habe dann wird es auf jeden fall mal ähm mappen update geben ich habe auch noch ein display da also display wird auch noch kommen ich habe ja schon display äh live geöffnet falls ihr es noch nicht gesehen habt das ist bei sortieren öffnen und sortieren oder sowas müsst ihr mal schauen das war letzten freitag also nicht wo jetzt war sondern eine woche davor diesen samt dieses wochenende hatte ich ja nicht gestreamt weil ich keine zeit hatte so hier haben wir ähm was haben wir hier fans karte wonderkid rafael weiger von palmeras so die legen wir mal hier hin und das sind die base part oh hier tony tony du bist gold wert toni groß von real madrid natürlich dann haben wir hier an danowitsch von intermailand dann haben wir antonio rüdiger von chelsea richtig schneise karte hier finde ich cool dann haben wir hier karim benzemar von real madrid der zweite spieler von madrid hier im booster hier haben wir angel de maria von paris son chamar da kommen wir zum nächsten booster entschuldigung so erstmal hier wieder alles die dreherei so ich glaube ich mache uns anders das so die power karten nach hinten so hier haben wir von real madrid äh jawoll äh von barcelona meine ich Ivan Rakitic komm ich auf real madrid äh hier haben wir ferreira von ist das glaube ich river blade glaube ich ich kann mir den namen nie merken hier ich denke das ist river blade wenn nicht könnt ihr mich hier korrigieren unter den kommentaren hier haben wir von liverpool joel matip also die meisten werde ich jetzt wahrscheinlich doppelt haben weil ich habe schon ziemlich viele hier ihr könnt ja mal gerne bei sticker manager vorbeischauen da bin ich auch da heiße ich dirma 1979 st ich kann es ja mal hier unten posten äh hier hier irgendwo zock äh hier haben wir ross barclay von chelsea dann haben wir das club badge von manchester united die finde ich auch nice gemacht mit der mit dem stadion hinten dran ja also die von letzter saison fand ich noch besser mit der abrundung unten ähm hier haben wir multiple äh dynamic äh duo von tscherzi azpi league greater und alonso ich hoffe ich habe den namen richtig ausgesprochen wenn ich die finde ich auch geil gestylt hier gestylt gestylt hier dann schauen wir mal was im nächsten booster ist ja haben wir hier mehr mehr karten drin der kommen mir auch so dick vor ich schau mal gerade also hier haben wir schon mal zwei karten das sind drei vier fünf sechs sieben acht neun ah ja ich zeig's euch gleich also das sind wirklich alle karten wo hier drin waren also der booster war auch ziemlich dick so ich zeig's euch jetzt eins eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun neun karten in einem booster äh ja keine ahnung was da passiert ist das war wirklich aus einem booster erst vergessen sie einen booster hier in dem latin und jetzt haben sie einen booster mit neuen karten ok hier haben wir von manchester city hier haben wir von manchester city ilkay gündogan dann haben wir hier oma mascarelle von schalke und schalke die die sind so oft vertreten hier in der serie das ist ja echt der wahnsinn hier haben wir lukas tusart von olympic lion dann haben wir hier alexandro von juventus torin hier haben wir serc knapri von bayern hier haben wir saul von atletico madrid dann haben wir hier schon wieder in schalke nastasic als fans favorite die kommt hier hin dann haben wir hier angelino von manchester city als impact signing finde ich auch eigentlich recht gut gemacht und hier haben wir noch copa america brasil winners und schauschen von brasilien natürlich brasilien so der scheint wieder normal zu sein der booster hier also neuen karten in einem booster so dann schauen wir mal vielleicht haben wir eine rare wäre auch wohl 1 2 3 4 5 hier sind wieder normal warum so hier haben wir l seit wie sei von neapel haben wir shardam jakiri von liverpool luk shaw von manchester united dann lukas pischtec von dortmund dann haben wir mark andre terstegen von barcelona dann haben wir impact signing aaron ramsey von juventus torin torin und er scheint auch wieder normal zu sein so ich will wieder alles drehen 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 zack 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 und hier haben wir sache mir handanovic hat mir nicht schon mal von inter mailand antoni dann hatten wir auch schon rüdiger dann hier arturo vidal von was habe ich denn heute an von barcelona per schures von ajax amsterdam also die haben echt lauter spieler abgeben müssen hier ajax amsterdam dafür aber viel geld eingenommen hier mal manchester city mit gabriel resus haben wir hier wonder kid alphonso davis von bayern münchen die habe ich jetzt natürlich schon und hier haben wir game changer sergio akku von mensch aus dass sie die also heute habe ich es echt irgendwie mit dem aussprechen naja egal so weiter geht's wir haben jetzt den sechsten booster oh ja oh ja hier ist eine umgedreht das könnte nice sein ich lass die mal so die zwei muss hier umgedreht drehen so hier haben wir von menschster united polpogba wieder mal dann haben wir hier das sieht irgendwie wie abgeschnitten aus oder so keine ahnung aber es ist normal oder und stecken muss normal danilo damprosio von inter mailand dann haben wir uben love to chic von chelsea dann haben wir hier tiaco von den bayern dann haben wir hier fans fair with rossi kalleron von neapel und was haben wir hier jetzt die umgedrehte 321 1 jawohl aber ich glaube den habe ich schon den habe ich glaube ich schon eine rare na toll ich glaube die 8 fehlt mir noch also wer die 8 hat und tauschen möchte ich habe glaube ich noch eine andere aber da muss ich erstmal schauen schade ich meine die 8 bitte mir fehlen schade 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 wäre cool wenn jetzt noch eine rare dabei wäre und die 8 ist es ist natürlich schade so wie sie karten haben wir jetzt hier drin 1 2 3 4 5 6 7 ah ja hier haben wir jetzt sieben karten drin also manchmal sind sieben dann sind mal neun dann sind mal sechs drin also ob das die maschine so macht oder ob es denn ihr fehler sie haben christiano ronaldo von juventus turin 92 angriffswert ja moin ups warte mal so die rare die könnte man eigentlich mal extra machen so hier ist die rare dann haben wir amazon von chelsea dann haben wir usman dem ballet von barcelona dann haben wir stefan saavich von atletico madrid angel correa von atletico madrid alexis sanchez hier noch bei manchester united und schon wieder ein schalga kenny als impact signing ach die schalga die gehen mir so auf den sack hier in der serie ich weiß gar nicht was die dort drin zu suchen haben also ich hätte lieber frankfurt oder 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 allerdings gehabt leipzig aber dann er er frankfurt als die anderen so hier haben wir marcelo brosevic von intermailand dann haben wir wir von juventus turin alexander arnold von liverpool roman brütt roman brütt oder bürtt dann haben wir hier impact signing van bisak von manchester united und hier mit gerard piqué von barcelona als der fnse frock die ist ja auch mal richtig nice also die finde ich richtig geil gemacht nicht cool und letzter booster normales hätten wir jetzt hin gehabt naja sehen wir mal davon ab so drehen drehen immer die dreherei hier ja jetzt haben wir noch messi impact leonel massi von barcelona hier mit einem offensivpferd von 91 einer weniger wie ronaldo rossi remenez von atletico matriz dann haben wir hier rotti jordi alba von barcelona dann haben wir hier nicolas taglia figo von ajax amsterdam dann haben wir hier noch wonder kit von river plate von von ich meine hier ist es albares von river plate dann haben wir hier power trio multiple sergio busquets vital und rakitic von barcelona richtig nice ja also falls ihr dieses video mögt oder gefällt lasst ein däumchen nach oben und falls du noch kein abonnent von meinem kanal bist und dir mein kanal gefällt lasst kostenlos ein abo da da würde ich mich sehr darüber freuen und würde ich sagen bis zum nächsten mal und auf wiedersehen tschüss 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 tschüss